Ja Lucia packt Geschenke ein. Morgen haben wir den dritten Adventssonntag 2014. Wollte erst Weihnachtslied singen und dann Dromedar hier, die wollte da auch mit singen, aber sie wollte die zweite Stimme nicht singen. Sie hat gesagt, sie krächzt oder so. So Lucia, die sind alle für mich, für deinen lieben Papa. Brauchst du diese Schubkarre? Boah Lucia, du langen Arm. Ja, dann geht das noch. Ja. Soll ich jetzt mal das an. Ja. Ja. Ja.